Hallo, heute nehme ich das A Becedario mal wörtlich. Ich benutze das A, B, C für diesen Solo-Drill. Schaut mal zu. I, J, K, L, M, N, O, E, Q, R, S, T, U, Sal, V, X, Y, Z. Ich benutze das A, B, C, L, M, N, O, E, Z.